Die Internet-Domain .io wird verschwinden. Ich habe bereits über die Rückgabe der Cargos-Archipials von Großbritannien-Auen Mauritius berichtet. Ich bende das mal hier oder da oben dann ein. Dies impliziert tatsächlich dann auch das Verschwinden von dieser Domain. Also ein sehr gutes Beispiel, wie geopolitische Änderungen direkten Einfluss auf die digitale Infrastruktur haben können.